Hallo Leute, heute in Mathematik in 5 Minuten Übung und zwar zur Partialbruchzerlegung, abgekürzt PBZ, einfach nur weil ich faul bin. So, eine Übung und zwar wir haben 2 durch X-2, X-3. So, das möchte ich teilen in zwei getrennte Brüche. Okay, also Leute, Pause drücken, machen, dann wieder Play drücken. So, ich rechne es mal vor, also wir brauchen diese Form A durch X-2 plus BX-3. So, jetzt, wie ihr schon wisst, wird erweitert mit diesem Nenner, beziehungsweise wird mal genommen, minus 3. So, dann bleibt auf dieser Seite die 2 übrig, hier die A, diese X-2 kürzt sich mit diesem, sprich wir haben noch X-3 plus Berta. Diese X-3 kürzt sich mit diesem X-3 im Zähler und dieses X-2 bleibt übrig, X-2. So, wenn ich jetzt schon so bin, schaue ich, wie kann ich irgendwie so Gleichungen aufstellen, damit das A oder das B sich rauskürzen, damit ich das weiß, was die beiden für Werte haben. Ich setze hier erstmal ein, X ist gleich die 2, dann kann ich das B kürzen. So, also 2 ist gleich A, ich schreibe es mal ausführlich, 2-3 plus 2-2 ist 0, somit fällt das weg. So, dann kann ich sagen, 6A zweimal, äh, schmoren, 2-3 ist minus A, ist gleich die 2, somit ist A gleich minus 2. So, dann brauche ich eine zweite Variable, X minus X ist gleich 3, dann fällt mir das A weg. Dann habe ich 2 ist gleich, 3-3 ist 0, also 0A plus B, 3-2 ist 1, ist somit 2 ist gleich B. 2 ist gleich B, 2 ist gleich B, somit ich könnte es jetzt nochmal schreiben, B ist gleich die 2. So, und jetzt kann ich mir schon meine Lösung basteln. Hier, A ist minus 2, sprich minus 2, X minus 2 plus 2 durch X minus 3. So, das ist meine fertige Lösung, ich hoffe ihr habt es auch rausbekommen, es wird noch eine weitere Übung geben. Wünsche euch trotzdem schon mal einen schönen Tag und bis dahin, euer Mathematik in 5 Minuten.